Jetzt, Kinder, habe ich gedacht, spielen wir was mit unseren Händen. Jimmy, machst du mal deine Hand ganz hoch? Ja, super. Und dann krabbel ich nämlich. Okay, also ich krabbel da hoch und singe dir ein Lied dazu. Pass auf. Steigt ein Büblein auf den Baum, Ei so hoch, man sieht es kaum. Hüpft von Ast zu Ästchen, Schlüpft ins Vogelnästchen. Heide lacht es, Rumpster kracht es, Plumpster legt es unten. Nochmal? Hm? Okay, nochmal. Kommt ganz hoch die Hand. Und steigt ein Büblein auf den Baum, Ei so hoch, man sieht es kaum. Hüpft von Ast zu Ästchen, Schlüpft ins Vogelnästchen. Heide lacht es, Rumpster kracht es, Plumpster legt es unten. Machen wir es noch einmal mit den Kindern zusammen? Machen wir alle nochmal mit? Ah, wir nehmen mal die andere Hand. Komm mal her, dreh dich mal um. So, die andere Hand. Und ganz hoch machen. Okay? Steigt ein Büblein auf den Baum, Ei so hoch, man sieht es kaum. Hüpft von Ast zu Ästchen, Schlüpft ins Vogelnästchen. Heide lacht es, Rumpster kracht es, Plumpster legt es unten. So, und was machen wir jetzt? Die Uhren magst du immer so gerne, ne? Möchtet ihr auch die Uhren machen, die Tick-Tack-Uhren? Da muss ich der Jimmy hier auf meinen Schoß setzen und dann fangen wir gleich an zu schaukeln. Große Ohren machen. Tick-Tack, Tick-Tack. Kleine Uhren machen. Tick-Tack, Tick-Tack. Und die kleinen Taschenuhren. Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack-Tick. Und die große Kirchturm-Uhr macht Ding-Dong. 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 Und die Kuckucksuhr macht Kuckuck-Kuck-Kuck-Kuck-Tick-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack Die kleinen Uhren machen Tic-Tac-Tic-Tac und die kleinen Taschenuhren Tic-Tac-Tic-Tac-Tic-Tac-Tic-Tac-Tic. Und die große Kirchturm-Uhren macht Ding-Dong, Ding-Dong, Ding-Dong. Und die Kuckucksuhr macht Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck. Und der kleine Wecker, der macht Prrrr. Genau. Und jetzt macht ihr das zu Hause so lange, noch einmal und noch einmal, bis Mama oder Papa nicht mehr können. Viel Spaß!